Oh, natürlich, das Stadion. Du machst keine Pilgerfahrt oder so? Hey, ich bin nur gründlich! Es gibt einen Haufen Leuchtenden. Wir sind da gerade vom Einkaufen zurück. Hm, das sieht nicht sicher aus. Na los, wir müssen hier durch, so schnell es geht! Ja, aber dann schnell, ja? Oh oh, nicht gut. Definitiv nicht gut. Geh, Falka! Und komm, lauf zu, Junge. Ja, komm nur, du. Tja, das war spaßig. Hey, hörst du das? Gucken wir mal, ob jemand Hilfe braucht. Ähm, ja. Klingt, als bräuchten sie Unterstützung. Da tausende Aliens und wir machen... Ziel auf die Kapseln! Kontakt! Kriegs voraus! Schleuber! Achtung! Smith, nehmt euch vor seinem Glibber in Acht! Verschutzt! Banatel! Au! Der Scheiß brennt! Verdammt! Ein Schuss auf mich und auf deinem Arsch steht, töte mich! Fasskontakt! Ha, 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 ha! Das ist ein Schleimer, Leute! Was ist denn mit dem Heißling? Dann werden wir dich immer nach hier rum... Los, jetzt kommt Schleimer! Verschutzt! Verschutzt! Ja, und das war er schon. Na klar, Schleimer! Schieß auf die Kapsel! Noch ein Stock! Hier ran! Loot! Wo ist denn schon wieder ein Leuchtender? Ach, das war ein... Ein Leuchtender! So geht das, Leute, ja. Wer leuchtet! Schalt den Stork aus! Der schon wieder leuchtet, der. Schleimer! Ha, Schleimer! Schleimer! Schleimer, leuchtende... Wir kommen uns davor, ja, wie kommen wir uns davor? Schellschutz! Oh, der trifft uns immer perfekt. Ja, klar. Ziel auf die Kapsel! Granate im Anflug! Mit Leer! Er ist montiert! Oh, der ist gespät! Oh, die Mund geht uns aus. Ist ja klar. Ja, ich bin langer! Ja, ich bin langer! Ja, ich bin langer! Ja, ich bin langer! Und dann gehen wir zum Nahkampf über. Es ist ja egal, ne? Wir haben da noch den Knasher. Was heißt da Schmerz blockieren? Oh. Stark bricht durch! Feuer konzentrieren! Okay, komm schon! Schieß auf die Kapseln! Ja, jetzt wird es mal interessant. Wir brauchen dann nun, ne? Verstanden! Wir sollten dann mal einen auf den anderen aufsteigen. Leuchtende! Motier in der Schänder! Sie ist leer! Hab einen! Alles klar! Dann sprechen wir jetzt mal mit den Leuten! Ja! Kann's kaum erwarten! Denkt dran, wir sind auch nicht anders, Damon. Wir wollen alle nur so gut wie möglich über die Runden kommen. Ich hab dann Arkon-Bogen erwischt, Leute. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich will den aber gar nicht. Komm her. Komm. Was ist denn das jetzt? Fuck. Okay, egal. Wir schauen uns da mal um. Vielleicht finden wir da ja was, was uns helfen kann. Ja, mal Burscht. Okay. Da. Und wir sind da beim Trigger fix und zugenäht. Ah, stinkendes Leuchtvieh. Meine Güte, was zum Geier! Hey, Feuer einstellen! Wir sind auf eurer Seite! Sind wir? Sorry! Was für eine Überraschung. Die gepanzerten Wunder kommen, um uns zu retten. Habt ihr schon mal mit Dankbarkeit versucht? So als Abwechslung zum ewigen Sarkasmus? Haha, ja. Ignoriert ihn. Jemand hat ihm als Kind den Teddy weggenommen. Sind alle in Ordnung? Ja, danke für die Hilfe. Wir schulden euch was. Hey, du bist doch dieser Kerl, nicht wahr? Du bist Augustus Cole. Cole Train! Was bringt dich hierher zurück? Hey, du erinnerst dich wirklich an mich, Baby! Bin nur auf der Durchreise, auf der Suche nach Nahrung. Falls ihr was zum Tauschen habt, wüsste der Cole Train das sicher zu schätzen. Na gut, kommt rein! Wir haben zwar kein Essen übrig, aber vielleicht etwas anderes für euch. Ja? Ich meinte Vorräte. Haha. Warum sehen die Mädels da immer so sweet aus, Leute? Zum Glück trage ich einen Helm. Ja, sonst hättest du auch nicht so geleuchtet, Junge. Hier lang, Leute. Ja, Mädel. Hey, wir sind auf dem Weg zum Stadion. Gibt's etwas, das wir wissen sollten? Es ist nicht leer. Das hatten wir uns schon gedacht. Sagen wir mal, die Chefin da drüben ist kein großer Core-Fan. Ich würde euch empfehlen, einen Bogen um sie zu machen. Na ja. Wo Menschen sind, sind Vorräte. Hey, du bist der Coltrane. Vielleicht ändert dein Charisma ja etwas. Hannover ist immerhin deine Heimat. Ja, das ist deine Heimat, Coltrane. Hannover. Wieso sagen die Hannover? Okay, wenn das so sein soll. Was hatten wir dafür in der Wumme? Da kann man gar nicht schauen. So, du da reparierst. Mh, alten Truck. Ja, cool. Da bist du. Okay, wir schauen da kurz einmal. Die hat eine Wumme. Kann ich die tauschen? Ich will meine alte Wumme retouren. Oh. Ja, die halten ja einiges aus da hinten. Und das. Death Kills. Ja, was sonst? Gut. Schönes Lager. Ja, sagen wir mal. Schönes Lager. Wer bist denn du? Ah, und du? Ja, schau. Und die Hühnerverfolgung. Ja, überall hin, ja. Hahaha, chicken. Und? Also, was habt ihr für uns? Shampoo, Conditioner? Ein Knebel für meinen Freund hier? Nein, nur Munition. Sie liegt dort hinten. Das ist ein Laden nach meinem Geschmack. Wenn du das sagst, ja, gut. Wow, bist du es wirklich, Coltrane? Hallo ihr, wie geht's euch? Wo haben die das ganze Zeug? Ob sie einen Eimer haben, in den ich kotzen kann? Wer war das? Du? Hä? Ja? Okay. Das Rohr ist auch unticht. Ja, ja. So perfekt ist es da auch wieder nicht. Aber schön zusammenkehren, passt schon. Okay. Folgen Sie dem Lagerchef und sammeln Sie eine Belohnung ein. Okidoki. Und du streckst mir da den allerwertesten entgegen. Ok. Da. Allein die Munnkisten kosten schon ein Schweinegeld. Wo haben die das Zeug? Ja. Ok. Coltrane. Hi, Coltrane. Hi, Mädel. Wir machen hier ein Schmied, oder? Wo hast du es erwischt? Naja, ihr werdet überrascht, wie viel ihr alle im Laufe der Jahre herumlegen lasst. Jetzt wissen wir, wo sie es her haben. Ok. Bis dann, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ein paar zock ich noch. Aber Stutter, ihr seht ja, das ist nicht unbedingt meins. Ok. Schönen Abend noch. Euer Toso für Let's Play angezogen. Ciao.